Finn, du hast Mut zur Peinigkeit bewiesen und du hast Herroist in dieser Aufgabe gestellt. Und das werde ich natürlich niemandem vorenthalten. Das ist ein blöder Hund. Aber hast es gut gelöst. Das ist der Schokimarsang mit dem Finn Rasmussen. Yo. Da. Mass ist nicht mehr aus Schokki, ist nur noch Plastik. PVC, der neue Zugger, das gibt einem den Megakick. Wenn du einen kleinen Hunger hast, du hast Masse nicht mehr vertrauen. Kannst du dafür auf einen alten Joghurtbecher rumkauen. Das Poulet aus Alu und der Salat aus Gummi. Das ist nur noch der Konsument, der Dummi. Gummibärli. Und Plastik-Schokki. Auf das haben wir heute sogar keine Bocki. Nanananananana. Ich weiss nicht, wie weit du nur noch Rüeble. mit ein Rüeble mit ins Sierup. Das ist der Kracher. Das haut auch direkt ins Füüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü, das isch der Neutgmacher. Fantastik. Fantastisch, femasusta. anden